3, 2, 1, zurück bei Injustice, Götter unter uns. Wir sind nochmal in einem Kapitel mit Batman. Und ja, warum kennt ihr mich gegen Oliver Queen? Und nicht gegen Raven. Oh. Hatsch. Bo bo bo. Ticke ticke ping. So, mein Auto. So. Und Ende. Ich entschuldige mich später. 53. Zeig dich! Das war gut. Schlauer Trick. Erzähl dir den anderen nichts hiervon, ja? Ganz ruhig, Großer. Kannst du laufen? Natürlich. Okay, der Gelber. Ich lass dich nicht allein. Geh jetzt! Sieh an, was ich gefunden habe. Zeit, den Aufstand zu beenden. Wo das jetzt Raven hin? Der Mann hat das alles zu blieben. Das war mal lässig. Das war mal lässig. Das war mal lässig. Oh, oh, oh. Schade. Not. Nebker Trick. Und gewonnen. Level ... 23. Nicht ich! Boing 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 Sollen wir jetzt nicht verschwinden? Besser wär das Verdammt! Dachtest du, dass du mich hereinlegen kannst, Bruce? So wie er? Hier geht es nicht um Joker, hier geht es um dich! Ich habe diese Welt perfektioniert! So viele Leben gegen verloren, weil ich mich zurückhielt! Ich hätte meine ganze Kraft einsetzen sollen! Weshalb? Kontrolle? Unterdrückung? Ich hätte Metropolis retten können! Meine Familie! Verbrechen nahm auch mir die Familie, Clark! Aber du warst nicht die Waffe! Jetzt! Der Wachtturm! Netter Trick! Oh oh! Der Typ ist mal sauer! Der Typ ist mal sauer! Der Typ ist mal sauer! Der Trick war ja sogar noch besser! Superman! Deine Zeit ist abgelaufen! Rex? Müssen wir mit Rex kämpfen? Hm? Was? André ist jetzt dort? Wir schalten jetzt live zu André Garcia! André? Danke, Rob! Hier herrscht das Chaos! Der hohe Rat Superman und seine eine Erde-Truppen kämpfen gegen Wellen von gigantischen, insektenähnlichen Meereswesen! Die Meta-Menschen halten sich zurück! Bei den regulären Streitkräften herrscht totale Verwirrung! Kapitel 9, Lex Loser! Keine Ahnung! Ich kann von unserer Position nicht viel erkennen! Dann sind wir wohl ein riesen Robo! Es sieht nicht danach aus! Der Kampf findet hauptsächlich in den Außenbereich... Äußere Panzerung versiegeln! Cyborg war auch schon scheiße! Reaktorkern aktivieren! Was soll das jetzt werden? Alle Systeme funktionieren! Alle Verbindungen etablieren! Maronales Kommandosysteme ist aktiv! Na gut! Es fängt ja gut an! Heiliger Dreck! Schadensmeldung Reserve Energie erschöpft Starte Solaraufladung Antriebssystem offline Wie lange? Vollständige Wiederherstellung in 15 Minuten Verflucht Ein Joker? Sieht schick aus Wenn ihr nicht wollt, dass Superman siegt Dann macht Platz Alle beide Du willst gegen Superman antreten? Deinen besten Kumpel? Das war nur vorgetäuscht Damit es so aussieht, als würde ich dem Aufstand helfen Na dann, machen wir gemeinsame Sachen Bist du so lieb? Hilfst du bitte Mr. Luthor aus meinem Anzug? Na klar, Schatz Das glaube ich kaum Oh Gott Mit der Größe sieht das echt behäbig aus Oh, oh, oh Oh Gott, okay Ali macht nicht viel, aber Spielt sich mal echt scheiße Moing Ich drücke nicht So, haltet mit Gucken was er kann So ein Goku-Style Machen wir erstmal wieder eine Pause 3, 2, 1 Tschüss und ciao Bis zum nächsten Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal